Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, in dem Beitrag geht es um Trigger. Das ist natürlich etwas, was in der Traumabearbeitung schon hinreichend erklärt und erläutert wurde, gibt es viele Informationen. Ich möchte aber in dem Video speziell auf Körpertrigger eingehen, weil es damit eine spezielle Bewandtnis hat, die in der Therapie sich auswirken kann und die die Sache etwas schwieriger macht, als wenn Trigger über andere Sinneseindrücke ausgelöst werden oder Trigger anderer Sinneseindrücke vorhanden sind. Zunächst, was ist Trigger, wenn man das nochmal zusammenfasst? Trigger kann man sagen, sind spezielle Sinneseindrücke oder ein Konglomerat an Sinneseindrücken, die alte, tief verankerte, nicht verarbeitete Erlebnisräume, traumatische Erlebnisräume aktivieren und zwar in einer solchen Form, dass der Betroffene keinen Abstand mehr dazu hat, identifiziert damit ist und darunter leidet. Und das kann von einem sehr schwierigen, unangenehmen Gefühl reichen bis über massive Angst, Panikattacken oder sogar Überflutung oder Flashback. Je nachdem, um welchen Erfahrungsraum es sich handelt. Und wenn man jetzt mal schaut, es sind ja, also wie setze ich das zusammen? Am einfachsten ist ja, wenn man ein Beispiel nimmt. Nehmen wir mal an, um es einfach zu halten. Nehmen wir mal an, wir reden von Schocktrauma und jemand hatte einen Unfall und dieser Unfall wurde nicht verarbeitet. Dann kann es sein, eben dass Sinneseindrücke, die dem Unfall ähneln, zu einer Reaktivierung dieses unverarbeiteten Erlebnisses führt. Also es kann sein, dass der Unfall lange vorbei ist schon, derjenige fühlt sich einigermaßen wieder normal, denkt er hat es verarbeitet, dann kommt er an eine Kreuzung und riecht zum Beispiel Benzin oder hört irgendein Knall, der sich so ähnlich angehört hat. Und was passiert, ohne dass er einiges kontrollieren kann, gibt es eine massive Körperreaktion, zum Beispiel in Form von Erstachung, Angst und Panik bis hin zu, wie gesagt, reflexartigen Reaktionen bis hin zum Flashback. Was wir also haben, sind erstmal zwei Dinge. Wir haben Sinneseindrücke, die an sich ungefährlich sind, neutrale Sinneseindrücke, die bei jemand anderem keine Überlebensreaktion auslösen und wir haben die massive Körperreaktion des Betroffenen. Das heißt, die Reaktion auf einen Trigger ist immer körperlich, weil die Überlebensebene den Körper betrifft. Also, wenn mein Leben in Gefahr ist, dann hat es was mit meinem Körper zu tun. Wenn ich überleben will, dann muss ich meinen Körper einsetzen. Ich kann nicht durch Gedanken oder Gefühle oder sonst was oder Meditationen mein Leben retten, da muss ich den Körper einsetzen in Form von Kampf oder Flucht. Wir haben also Sinneseindrücke oder ein Konklamerat an Sinneseindrücken über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Berühren. Das führt zu dieser Körperreaktion. Jetzt bei dem Unfallbeispiel, da wäre es einmal der Geruch, der zu der Körperreaktion führt und zum anderen der akustische Eindruck. Jetzt ist es so, dass es ja wie keine Verbindung gibt zwischen diesen Sinneseindrücken und der Körperreaktion. Was ist aber, wenn sozusagen der Trigger auf der gleichen Ebene stattfindet wie die Körperreaktion? Und das haben wir eben bei allen Triggern, die mit Berührung und Körperzuständen zu tun haben. Das heißt, der spezielle Fall, wenn jemand durch Berührung getriggert wird, hat zur Folge oder das bedeutet, dass der Sinneseindruck und die Reaktion auf der gleichen Ebene stattfindet. Das heißt, der Sinneseindruck ist eine Körperempfindung. Es heißt, es geht um Körperwahrnehmung. Es geht um den Körper. Und die Reaktion ist aber auch auf der Körperebene. Das heißt, Trigger und Reaktion sind auf der gleichen Ebene anzusiedeln, auf der gleichen Wahrnehmungsebene. Und das ist bei den anderen Trigger nicht der Fall. Das heißt, wenn ich etwas rieche, wie im ersten Beispiel, oder etwas höre, das hat nichts mit Körperempfindungen zu tun. Das sind andere Sinne. Das heißt, da ist wie mehr Abstand. Ich habe es also leichter, einen Keil, in Anführungszeichen, zwischen den Sinneseindrücken und der Körperreaktion zu bringen, aus therapeutischer Sicht. Weil das ist ja das, was ich sozusagen entkoppeln muss. Ich muss die Sinneseindrücke von der Überlebensreaktion entkoppeln. Und bei Körpertriggern, die auf der Körperwahrnehmungsebene stattfinden, wird das viel schwieriger. Weil, wie gesagt, weil es die gleiche Ebene ist. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand sagt, berührt zu werden ist ein Albtraum. Oder wenn ich berührt werde, dann kriege ich Panik. Das heißt, was derjenige eigentlich sagt ist, eigentlich sagt er damit, wenn ich Berührung wahrnehme, dann reagiert mein Körper mit einer Überlebensreaktion. Das erlebt derjenige aber als eins. Also er erlebt die Körperreaktion quasi durch den Trigger. Das ist bei den anderen auch der Fall. Aber die Verknüpfung ist da nicht so stark. Und wenn ich jetzt versuche, das auseinander zu, wenn ich versuche, das zu entkoppeln, dann ist das ein bisschen schwieriger. Weil die primäre Erfahrung von Berührung, die ja neutral ist, die keine Überlebensreaktion darstellt, und dann die massive Körperreaktion im Anschluss, das heißt, da wird die initiale Erfahrung, wird wie direkt überschrieben. Da ist wie, die hat gar keinen Platz im Bewusstsein. Während bei den anderen Sinneseindrücken da wie so mehr Abstand ist. Ja, derjenige kann sagen, ja, ich höre das und mein Körper dreht durch. Oder ich rieche das und so weiter. Und da ist aber das viel schwieriger zu wahrzunehmen. Ja, da ist diese Berührung und diese Körperempfindung und dann erfolgt eine weitere Körperreaktion. Das heißt, ich empfinde zuerst eine neutrale Körperempfindung. Und dann empfinde ich die Überlebensreaktion. Ja, das dauert länger, bis mir das klar ist. Weil die Überlebensreaktion ja so massiv ist. Und das geht ja blitzartig. Und das ist im Kopf verschaltet als eins. Also muss derjenige, falls du davon betroffen bist, geht es darum, erst mal das zu verstehen. Also was ich sage, das ist den Kontext eben zu haben. Und dann zu schauen, okay, diese Erfahrung, Berührung und Panikattacke, die ich als eins erlebe, ist in Wirklichkeit nicht eins. Sondern es kommt zuerst zu einer neutralen Berührungserfahrung, die noch nichts mit meiner Panik und meiner Überlebensreaktion zu tun hat. Und erst danach reagiert der Körper mit Hochfahren und Überlebenskampf. Ich muss also vorne an den Anfang mit der Wahrnehmung. Ja, ich muss gucken, wie hat sich das kurz vorher angefühlt. Ich muss realisieren, dass davor, auch wenn ich das nicht wahrhaben will, eine neutrale Erfahrung von Berührung war. Und dass die an dieser Erfahrung von Berührung nichts Schlimmes ist. Das muss ich mir irgendwann eingestehen, dass das so ist. Weil es so ist. Das ist einfach. Das ist so, ja. Eine Berührung ist kein Horrorerlebnis. Das hat nichts mit einem Überlebenskampf zu tun. Eine Berührung ist eine Berührung. Das möchten die Körper eigentlich. Und aber erst dann passiert das, dass der Körper sagt, hier ist Lebensgefahr. Das ist zeitlich versetzt, auch wenn es blitzartig sehr schnell geht. Trotzdem ist da was dazwischen. Also das möchte ich einfach nochmal betonen, um da vielleicht leichter rauszukommen. Jetzt ist es so, es ist eigentlich, es sind eigentlich auch nicht die Sinneseindrücke, die den Trigger darstellen oder die dafür allein verantwortlich sind, sondern es ist immer eine Programmierung im Kopf, sozusagen im Geist. Es ist was Mentales. Das ist meine persönliche Sicht. Die meisten Traumaspezialisten oder Therapeuten werden da wahrscheinlich nicht übereinstimmen. Die werden vielleicht sagen, das Trauma sitzt auch im Körper. Dieser Meinung bin ich nicht mehr. Meine persönliche Sicht ist, dass es alles an mentalen Bewegungen hängt, eingeprägten, eingebrannten mentalen Informationen, wenn auch unbewusst, wenn auch automatisiert. Das heißt, aus meiner Sicht ist nicht der Sinneseindruck, der die Körperüberlebensreaktion auslöst, sondern der Sinneseindruck löst eine Programmierung aus, eine Information im Kopf, im Geist und aufgrund dieser reagiert der Körper. Also Beispiel, wenn ich diesen bei dem Unfall, also nach dem Unfall, wenn ich irgendeinen Benzingeruch rieche, obwohl nichts passiert, dann wird eine Information aktiviert im Kopf, Benzingeruch, Lebensgefahr. So und das ist das, was dann die Körperüberlebensreaktion auslöst. Und das klingt jetzt noch eher banal und ist auch für die Schocktrauma-Arbeit nicht so entscheidend, aber wenn wir zum Entwicklungstrauma kommen, ist genau dieser Punkt eben absolut entscheidend. Das ist sozusagen das, was ich einfach rausgefunden habe und dass man wirklich auf diese mentale Ebene muss. Aber wir sind jetzt bei Trigger und ich will es mal bei Schocktrauma belassen jetzt. Und auch bei diesem Berührungstrigger ist es genau das Gleiche. Da ist eine Information dazwischen, Gedanken, die aktiviert werden, blitzartig. Es kommt die neutrale Berührung, dann kommt der Gedanke von was auch immer, Grenzüberschreitung, was auch immer, Lebensgefahr und dann kommt die Körperreaktion. Und das muss ich alles entkoppeln, nach und nach. Zuerst die neutrale Körperempfindung, dann die Programmierung, die aktiv wird. Und wenn das abgeglichen wurde mit dem Gegenüber, wenn das mit der Realität abgeglichen wurde und das neu verkoppelt wird oder entkoppelt, dann ist das entschärft und dann hört das auf, dass das blitzartig abläuft, wie ein Wasserfall, wo man scheinbar nichts machen kann. Doch, man kann was machen, man muss da dazwischen mit seiner Achtsamkeit mit seinem Bewusstsein und mithilfe von einem Therapeuten vielleicht. Aber das muss man auseinanderkriegen. Okay, die Erfahrung, wenn ich ganz ehrlich bin, berührt werden, daran ist nichts Schlimmes, nichts Bedrohliches, nichts Leidvolles, sondern das ist eigentlich was Angenehmes und dann kommt die Reaktion des Körpers hinterhergeschossen. Das wäre der erste Schritt, das auseinanderzubringen. Dann gibt es auch ein Teil der Musik-Man von therein, die Menschen auf der Großarten der Fläche. Ich mach dazu, was nur noch nicht einmal kurz sch下一